Ja, ach hör doch auf. Nein, wirklich? Ist nicht wahr. Wieso das denn, wieso das denn? Interessiert mich doch nicht. Kein Stützchen. Ich möchte einfach nicht, dass du mich in deine Scheiße mit einbeziehst. Ja, zieh mich nicht mit runter. Ja, Junge, denn du machst einen Blunder, den ich nicht nachvollziehen kann, denn ich bin heilig. Ich, ich bin heilig. Ich, ich und ich, ja, bin ich das? Natürlich bin ich das. Klingt krass, was denn sonst, Junge, denn ich bin nun mal immer noch auf der Suche nach dem, Was mich erfüllt, was mich zur Perfektion gedeihen lässt. Ja, nach dem suche ich, suche ich. Aber nach wie vor verfluchst du mich, weil ich so gut bin, wie ich, du weißt so gut wie ich. Hab ich das? Mike, hast du das Battle schon verloren? Ja, denn ich baller dir die Oben weg mit meinem Flow. Yeah. Wer, 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 wer? Wat? Versteht mich. Dacht ik mir. Affen gibt es? Ja, das kann man kaum glauben. Aber du bist einer von den ganz, ganz Tauben im Kopf. Ja, Tauben im Kopf und auch sonst nix. Und am Pony drunter, ja, da brennt einfach kein Licht. Ich hab es ja versucht, doch die Worte, die ich nutze, ja, die kannst du nicht verstehen. Du kannst nix auswerten von dem, was ich dir gekriege, Ritual. Du weißt es einfach nicht. Ich begin krass, TPO. Aber was juckt es dich, man? Was, was juckt es dich? Mich juckt's ja auch nicht. Mich interessiert's einfach nicht. Ich scheiß auf die Gesellschaft, die Gesellschaft fällt auf mich. Ich hatte viele Chancen, nicht eine nützte ich. Tja, Pech gehabt, so ist das. Frust schieb ich mich. Warum, warum sollte ich denn? Mich für mich schämen, das geht auf keinen Fall. Es ist nun einmal ein Teil meines Lebens. Ich muss dazu stehen, was denkst du, Kasper, dir? Tja, das Problem an der Sache, ihr behinderten Mongos, unterstellt mir, dass es gefällt in meiner Welt. Ah, aber... Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ist Teufelsunerstrecht. Deshalb flieg ich weiterhin da und mach nichts. Chille dann, wenn du ackerst. Kack ab, wenn du... Erholung suchst. Ha! Hab ich noch mehr Energie zum Verschwenden in mir drin. Aber du brauchst Erholung, verstehst du den Sinn? Siehste? Immer weiter ackern. Mach dich heus kaputt. Du machst es ja für dich im Alter. Hehehehe. Alter, wenn du daran glaubst, na dann mach das doch. Aber ich bleib unkompatibel. Arschloch. So. Wo. So. So. So.